Akustan Ohrentropfen – effektive Lösung zur Linderung von Ohrenschmerzen und Verbesserung des Hörvermögens. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian und ich bin 51 Jahre alt. Sind Sie neugierig zu wissen, ob sich die Akustan Drops wirklich lohnen? Möchten Sie mehr über die Formel dieses innovativen Produkts erfahren? Ich werde mit Ihnen alle diese wichtigen Informationen über Akustan in diesem Bericht teilen. Wenn Sie auch nach mehr Details suchen und Ihre Gesundheit vor möglichen Kollateralschäden schützen möchten, schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Ich erkläre Ihnen alles, was Sie über Akustan Drops wissen müssen. Das Erste, was Sie beachten müssen, ist die Website, von der Sie Akustan Drops erwerben. Im Moment ist dieses Produkt nur auf der offiziellen Website verfügbar. Sie können es nirgendwo anders finden, ob in Apotheken, Amazon oder bei DM online. Sie müssen nur auf die Website zugreifen, die Felder mit Ihren persönlichen Daten ausfüllen und warten, bis ein Vertreter Sie kontaktiert, um den Kauf abzuschließen. Um dies zu erleichtern, habe ich den Link zur offiziellen Website in der Beschreibung dieses Videos verlassen. Was ist Akustan und was sind die Zutaten seiner Formel? Akustan Drops wurden nach jahrelanger Forschung von führenden Wissenschaftlern entwickelt, die die effektivsten Inhaltsstoffe zur Behandlung unseres Tinnitus im Ohr identifiziert und die störenden Geräusche, die wir hören, reduziert haben. Obwohl es keine definitive Heilung für Tinnitus im Ohr gibt, helfen uns Akustan Tropfen, uns dieser schwierigen Situation zu stellen, unsere Lebensqualität wiederherzustellen und uns ein normales Leben zu ermöglichen. Was passiert, wenn Sie Akustan verwenden? Wenn wir mit der Anwendung von Akustan beginnen, werden wir eine Verbesserung unseres allgemeinen Gesundheitszustandes bemerken und uns viel besser fühlen. Akustan bietet die richtigen Inhaltsstoffe, um unsere Hörfähigkeit zu verbessern und unser Gehör wiederherzustellen. Es hilft uns, besser zu hören und Hörprobleme zu lindern, sodass wir ein normales Leben führen können. Wir werden von unserer verbesserten Hörfähigkeit mehr Zufriedenheit erfahren, auch wenn wir mit altersbedingten Hörproblemen konfrontiert sind. Darüber hinaus enthält es essentielle Vitamine, die unsere allgemeine Gesundheit fördern, unser Immunsystem stärken und uns vor anderen Hörproblemen schützen. Ein weiterer entscheidender Aspekt. Wenn Sie die Bestellung bis morgen abschließen, erhalten Sie einen exklusiven Rabatt von 50%, um Ihre Akustan Drops zu sichern und die Lebensqualität zu verbessern. Was unterscheidet Akustan von anderen Arzneimitteln? Viele in Apotheken erhältliche Produkte enthalten gesundheitsschädliche chemische Zusätze. Akustan ist ein Produkt mit hochwertigen Nährstoffen, ungiftig. Darüber hinaus ist seine Formel völlig natürlich und hat keine negativen Auswirkungen auf unser Leben. Also, Leute, das war die Akustan Drops-Bewertung für euch. Ich habe dieses Video hauptsächlich gemacht, um Sie über das Produkt zu informieren. Also denken Sie daran, nur auf der offiziellen Seite zu kaufen, um keine Probleme zu haben und die Behandlung richtig zu machen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus möchte ich Sie darüber informieren, dass Akustan Drops in sieben Ländern verfügbar ist. Deutschland, Spanien, Schweiz, Österreich, USA, Portugal und Frankreich. Jedes Land hat seinen spezifischen Link. Das heißt, wenn Sie in Deutschland leben, klicken Sie auf den Link aus Deutschland. Nur dann können Sie Ihre Telefonnummer registrieren und einen personalierten Service erhalten. Die Links für jedes Land sind in der Videobeschreibung und dem ersten Kommentar. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Hinterlassen Sie Ihre Leaks und Kommentare und wenn Sie das Produkt bereits verwendet haben, hinterlassen Sie ein Testimonial darüber, wie es für Sie funktioniert hat. Bis zum nächsten Video.